Hi Leute, hier ist der Calvin und in diesem Film geht es mal wieder um das Thema Facebook. Um genauer zu sein, geht es um die neue Statistik, die Facebook jetzt bietet. Ja, und da kann man Facebook auch mal loben. Viele schimpfen ja meistens über Facebook, aber ich muss ja jetzt ganz klar mal ein Lob aussprechen, denn die neuen Facebook-Statistiken, die sind wirklich klasse und geben einige Informationen, die vorher so ein klein wenig gefehlt haben. Ja, aber wie kommt man jetzt an diese Facebook-Statistik? Viele haben darüber gesprochen, ich bin selbst erst vor ein paar Tagen darüber gestolpert, denn sie sind etwas versteckt, aber ich werde euch jetzt in diesem Film zeigen, was denn die neue Facebook-Statistik kann und vor allen Dingen, wie man sie findet. Jetzt schauen wir uns als erstes mal die Statistiken überhaupt an, wo die Unterschiede liegen und dazu klicke ich jetzt einfach mal hier auf meine Gefällt-mir-Angaben und dann komme ich jetzt schon in diese neue Statistik. Und hier seht ihr jetzt, dass sie ein klein wenig anders aussieht. Ich hätte vielleicht einen Moment abwarten sollen mit diesem Video, wo es ein bisschen positiver aussieht, als hier die roten Zahlen, aber das soll jetzt mal keine Rolle spielen. Ihr seht mit dieser Statistik einige neue Funktionen. Die Daten werden besser gesplittet, gerade was in den letzten sieben Tagen passiert ist. Es gibt tolle Funktionen, wie zum Beispiel, wenn man jetzt mal auf die Beiträge hier klickt, dann bekommt ihr jetzt eine tolle Übersicht, wann denn deine Fans oder wann denn eure Fans die meiste Zeit online sind beziehungsweise an welchen Tagen erreicht ihr die meisten Leute und auch die Uhrzeiten. Und so könnt ihr dir jetzt super herausfiltern, wann es denn Sinn macht, einen Beitrag zu posten. Ja und es ist nur ein kleiner Anteil von neuen Statistiken. Also ihr seht hier, man kann in die Seiten reingehen, gefällt mir Angaben, alles ist besser aufgeschlüsselt, wann, wo, welche Zeiträume. Also da hat sich wirklich in diesem Statistikbereich einiges getan. Es macht tierisch viel Spaß und gerade für all diejenigen, die Facebook auch ein bisschen kommerzieller betreiben, das Ganze nicht nur als Plattform sehen, wo man ein bisschen rumchatten kann. Für die sind solche Statistiken natürlich Gold wert und gerade jetzt die neuen Statistiken. Doch wie kommt man denn überhaupt zu den neuen Statistiken? Und dazu gehe ich jetzt nochmal auf meinen Facebook-Account. Und bei mir ist es jetzt so, wenn ich meine Facebook-Seite offen habe, dann habe ich mir nicht meine ersten Statistiken eingeblendet. Ich habe diese ausgeblendet. Und wenn ihr das auch ausgeblendet habt, dann kommt ihr nämlich gar nicht auf diese neue Statistikfunktion. Wenn ich jetzt mal hier auf diesen Button Anzeigen hier oben rechts klicke, dann komme ich ja in diesen Statistikbereich, in diesen Admin-Bereich, wo ich schon mal einen ganz groben Überblick bekomme über meine letzten Postings und so weiter. Und dann gibt es hier unten diesen Dialog, probiere die neue Statistiken aus. Und wenn man den anklickt, dann kommt man eben zu diesen neuen Statistiken. Ich wechsle hier mal ganz kurz auf einen anderen Account, der von mir eigentlich weniger aktiv betrieben wird. Das ist unser Zocker-Account. Und hier mache ich mal das Gleiche. Ich lasse mir das Ganze mal anzeigen und gehe jetzt mal hier unten in diesen Dialog, probiere die neuen Seitenstatistiken aus. Und dann seht ihr schon, wenn man beim ersten Mal draufklickt, gibt es auch einen kleinen Überblick. Und hier erfahrt ihr nochmal ganz genau, was denn überhaupt die neuen Funktionen sind. Sowohl von der Navigation, als auch von den Gefällt-mir-Angaben, von der Reichweite, Beiträge und Personen. Lest euch das mal in aller Ruhe durch. Und dann könnt ihr das eigentlich aktivieren. Und dann seht ihr jetzt schon die neuen Statistiken. Und ihr seht, bei dieser Seite, da geht noch nicht viel. Deswegen wechseln wir mal wieder zurück. Und wenn ihr das einmal gemacht habt, dann sind die Statistiken da. Ihr braucht auch dieses Fenster hier nicht die ganze Zeit eingeblendet lassen. Also ich verberge mir das hier meistens. Und wenn ich eben auf meine Statistiken möchte, dann klicke ich hier einfach auf meine Gefällt-mir-Angaben. Und komme dann quasi in die neuen Seitenstatistiken. Ja, und mit diesem Video wollte ich euch einfach mal darauf hinweisen, dass ihr die einfach mal aktivieren könnt. Falls ihr es noch nicht getan habt, es lohnt sich. Klickt mal durch und das war es dann schon von meiner Seite. Wenn ihr weitere Informationen, weitere Tutorials darüber wollt, wie ich jetzt meine Facebook-Seite aufgebaut habe, wie ich sie pflege, welche Inhalte ich poste und so weiter, dann möchte ich euch mein Facebook-für-Fotografen-Training empfehlen. Das wird nun mal am Ende verlinkt, beziehungsweise unter diesem Video seht ihr dann auch nun mal einen Link, wie ihr zu diesem Training kommt. Okay, ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß mit der neuen Seitenstatistik in Facebook und würde sagen, bis zum nächsten Mal.